Ich hab richtig Probleme mit der Schärfe hier. Wir sind beide scharf genug, oder? Na, ich weiß es ja nicht. Haben wir ja eigentlich jeder gleich gecappt? Ja. Hannes hat sogar noch ein T-Shirt, ey. Voll ausgestellet. Gab's jemand zu gucken, oder was? Ja, das hat mir damals ein Kumpel aus dem Motor geschenkt. Ne, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Eastmoto-Boys, Eastmoto-Blogs. Yeah, yeah, yeah. Wir sind heute in der Platte. Wir haben eine Ride-Day von LC19. Yeah, yeah, yeah. Geil. Die Strecke ist noch ein bisschen schlammig. Aber jetzt ziehen sie gerade noch mal ab. Und dann sollte das alles wieder Premium sein. Premium. Ja. Michi. Was sagst du Strecke? Geil. Aber wirklich geht. Man muss halt ein bisschen kicken. So, ein bisschen tiefer alles gewesen heute Morgen am Anfang. Wart halt modrig, aber... Wir sind aber gar nicht gefahren. Das ist ja noch alles... Die Einleitung ist ja noch vorn. Da steht er, ne? Ja, haben wir heute einen schönen Tag mit Luca und ein paar Leuten. Ein paar Fans. Ein paar Fans und so. Und heute Abend noch ein bisschen saufi-saufi. Weißt du, wann der jetzt hochkommt? Da kommt jetzt irgendwie ein ZT hoch. ZT für Tommi und Manni. Muss der da filmen? Kraft her. Kraft her. Schnell. Schettel für Schettel. Für Herrn Schettel. Das ist ein ZT. 3,23er. ZT. Die haben Tod. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Du bist motiviert, was? Ja. Du hast auch meine Hälfte hier gemacht. Du hast meine Hälfte hier gemacht. Ja, du hast meine Hälfte hier gemacht. Das war die zweite Runde, wo du hinter mir warst. Du wusstest gar nicht, was mit mir geschieht. Du wusstest gar nicht, was mit mir geschieht. Ja, das ist dein Turn. Ja. Irgendwie das erste Dekor, ne? Ja. Ach, Quatsch. Hast du was so Neues? Das ist das erste Dekor, wo überhaupt jemals ist Motorblocks. Ja, danach war ich dann gleich, ja. Drauf war. Ja, der Designer steht ja auch da. Selber nicht mal was drauf hier auf Motorrad, oder? Doch, ja. Ja. Aber ich hab nur einen Sticker. Die bezahlt mir nicht genug. Bisschen müde gerade. Oh, ich kann auch pennen. Ich geh halt auch um 10 ins Bett. Ja, du und um 10 ins Bett gehen. Keinmal ist gestillt. Pömmlich um 10 richtig die Kamera auf deinen Bettzettel. �好了. Untertitelung aufgrund. Ja. jewels Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020